Die sind jetzt alle da rechts und dann links durch. Die sind alle da rechts und dann links durch. Die sind alle da rechts und dann links durch. Die sind alle da rechts und dann links durch. Die sind alle da rechts und dann links durch. Die sind alle da rechts und dann links durch. Die sind alle da rechts und dann links durch. Die sind alle da rechts und dann links durch. Die sind alle da rechts und dann links durch. Die sind alle da rechts und dann links durch. Die sind alle da rechts und dann links durch. Die sind alle da rechts und dann links durch. Die sind alle da rechts und dann links durch. Die sind alle da rechts und dann links durch. Die sind alle da rechts und dann links durch. Und dann links durch. Die sind alle da rechts und dann links durch. Und dann links durch. Denn ich weiß nicht. Ja, genau. Oh ja, den HVC hat er ein bisschen feigelegt, oder vielleicht rechts, genau. Gibt, dass der Reifen runterzieht. Das ist ein scheiß Schnellstuhl. Nicht direkt ins Fahrrad, wenn du da drin bist, ist er einhängt oder so. Und dann erst dann um die Leip kickt. Oh ja, wenn du das richtig hinterraden. Schaust du wieder? Ja. Vielleicht nicht ganz so weit rechts diesmal. Ja. Ja. Alles ist super! Ja. Oder du bist du? Ja, voll. Ja, voll. Ich habe nicht gedacht. Ja. Ja, ich habe nicht gehört. Gut. Vielen Dank.